Ein neues Bundle für die PS4 soll demnächst rauskommen und wie ihr das ganze erhalten werdet, das zeige ich euch in diesem Video. Ich habe ab sofort nun auch einen Unterstützer, einen Creator Code, wenn ihr mich einfach kostenfrei unterstützen wollt, geht einfach in Fortnite, in den Items Shop, klickt unten rechts auf Unterstützer, einen Creator, gebt einfach meinen YouTube Namen ein, der Teddybär annehmen und dann könnt ihr mich mit jedem Kauf kostenlos unterstützen. Wenn ihr das getan habt, dann schickt mir gerne ein Bild auf meinem Instagram Profil und dann landet ihr mit ein wenig Glück im nächsten Video. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du das neue Cobra Crew Fortnite Bundle in Fortnite erhalten kannst. Und zwar wurde ein neues Fortnite Bundle geleakt, sage ich mal. Es ist sogar schon zu kaufen auf einer Plattform, von daher gehe ich sehr stark davon aus, dass das hier kommen wird. Und zwar heißt das Ganze das Cobra Crew Set. Ich blende euch hier mal die Bilder ein, was so dort drin sein wird. Und zwar haben wir da einmal die Gelutsch-Axt, den Ballistik-Rucksack, den Bad Attitude-Rucksack, den Crewsack-Gleiter, den Maverick-Skin und den Shade-Skin. Die ganzen Skins hier, die Sachen, haben wir ja schon mal im ganzen Fortnite-Item-Shop schon mal zu Gesicht bekommen. Nur das Komische ist, dieser Cruiser, dieser Gleiter, der ist aus der Season 5, aus dem Battle Pass steht hier da. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, weil Battle Pass Sachen sollten ja eigentlich nicht wiederkommen. Das heißt, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das Ganze kommt, aber ich gehe mal stark davon aus, weil auf Instant Gaming kann man das Ganze schon kaufen. Für 26,89 Euro. Sogar 66% reduziert. Verkaufspreis 80 Euro. Mann, oh Mann, oh Mann. Zu dem Pack soll es zwei Skins geben, eine Spitzhacke und ein Gleiter aus der Season 5 mit 1000 Vivacs für 80 Euro. Ich finde das schon ein bisschen eine komische Sache. Irgendwie denke ich, das ist fake. Denn 80 Euro, würden wir mal das hier Ganze zusammenrechnen. Die Skins kosten vielleicht 15 Euro, zusammen 30 Euro. Der Gleiter kann man schlecht sagen, Ja, sage ich jetzt mal 35 Euro, 45 durch die Vivacs. Das heißt, du zahlst eigentlich 35 Euro für gar nichts. Deswegen bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher, ob dieses Cobra Set wirklich kommt. Aber es wird halt hier verkauft. Das finde ich eigentlich sehr, sehr komisch. Und zwar blende ich hier euch mal den Screenshot von Instant Gaming vom Verkauf ein. Hier sehen wir halt das ganze Pack, wo halt Fortnite, Cobra plus 1000 Vivacs, Unterhalt und Neppe-Games-Zeichen, etc. Was komisch ist, hier muss ich erst drücken, gefällt mir, wenn das Spiel wieder auf Lager ist. Das heißt, dieses Pack, das gibt es eigentlich schon im Angebot, aber man kann das gar nicht kaufen. Ich finde das ein bisschen komisch. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Aber ich würde sagen, es haben nämlich schon viele amerikanische YouTuber darüber ein Video gemacht. Und demnächst soll ja auch ein neues Lava Legends Pack kommen. Wenn ihr wissen wollt, was ich dazu denke und ob das Ganze kommen wird oder nicht, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, dass ich dazu ein Video machen soll. Dann würde ich sagen, was das an der Stelle heute gewesen ist. Wenn ihr denkt, das Pack kommt, dann würde ich mich natürlich mal über eine positive Bewertung freuen und über eure Meinung in den Kommentaren, weil 80 Euro, ich glaube, Instant Gaming hat entweder einen Schaden oder das Pack kommt nicht. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Dann war es das von heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, aktiviert die Glocke und tragt gerne meinen Creator-Code der Teddyball wie diesem Kanal hier im Itemshop ein. Damit ihr mich kostenlos unterstützen könnt, würde mich auf jeden Fall mega supporten. Dann war es vom Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao, Leute.